Ein ozeanisches Hallo heute schaut ihr diesem Keck Ocean Dave bei einem Pack Opening zu. So, jetzt machen wir alle Packs auf, wie schon im Intro gesagt. Fahren wir mal an mit den Freeze for All Packs, haben wir jetzt Nummer 1. Später, in ein paar Wochen, gibt es wieder ein Pack Opening. Da werden wir wahrscheinlich mehr von denen haben. Oh, Violett. Gunn, Gunn, Gunn. Okay, es ist eigentlich scheiße. Dazu jetzt noch zu den Parvo Packs. Oh, Violett. Komm, Black Ice, Black Ice, Black Ice. Ja, confirm. So, nächste. Go in Legendary. Oh. Oh. Violett. Black Ice, Black Ice. Oh, Epis. Komm schon, komm schon. Epis. Komm schon. Komm schon. Uh. Also, die Farbe finde ich toll. Also. Leider nur an Montage. Aber, ja. Gibt Schlimmers. Ja, Blau. Ein kleiner Panzer. Okay. Ein kleiner Panzer. Wieder Blau. Okay. Das ist absolut Schießdruck. Uh. 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 Oh. Ein kleiner Kawai. Oh. Der ist süß. Ja. Du hast die Lid. Miniku. Uh. Uh. Komm schon, Black Ice. Black Ice. Ja, Mann. Ne Shotgun. Für Finca, Fenrir und Capcan. Ja. Ich spiel. Zwar. Bei den Operator. Keine Shotgun. Aber. Ey. Black Ice. Ist. Black Ice. Nichts wahr? Ui. Toll. Erster. So. Equip to all. Confirm. Open next. Leider nur Blau. Universal. Okay. Ein Universalskin. Finde ich toll. Leider nur Grün. Okay. Macht wirklich keinen Unterschied. Legendär wieder. Gun. Woah. Woah. Seht. Epic aus. Also. Wow. Ja. Wenn man dazu noch den passenden. Ein Shoot hat. Seht sicher cool aus. No Grün. Iceman. Ist okay. Wieder Grün. Ähm. Molokai. Find ich. Eigentlich. Gar kein schlechter Skin. Aber. Ich glaube. Ich habe. Einen besseren. Darf. Wieder Grün. Wow. Also. Das bringt ja wirklich den. Grünen Strich. In der Fresse. Ähm. Find ich. Absolut. Shit. Oh. Episch. Komm. Ah. Kann man nicht immer Glück haben. Ah. Glocken. Wieder legendär. Okay. Find ich. Okay. Also. Es sieht lustig aus. Aber. Ja. Eigentlich sieht es bestimmt aus. Egal. Jetzt. Kommen wir noch zu den. 24 Alphas. Okay. Grün. Auch. Keine schlechte. Waffe Skin. Also. Gefällt mir eigentlich noch. Simpel. Nicht so auffällig. Blau. Ernsthaft. Vorher. Einfach. Einfach. Ein grüner Strich. Durch die Fresse. Jetzt. Auf der Seite. Komm. Gib mir. Ah. Äh. Viel zu auffällig. Viel zu auffällig. Ja. Wieder nur Blau. Gefällt mir. Gefällt mir. sieht man nicht so gut, weil sie in einer dunkler Farbe ist. Ja, nimmt man. Es gibt nur Grün. Maui. Äh, ich bin mir nicht sicher. Nein, dafür habe ich kein Blackgeist, darum für alle drauf. Komm, wo sind die Ehepischen? Jäger, auch wieder cool. Oh, komm schon. Gib mir Blackgeist, Blackgeist. Also, es ist nicht hässlich, aber auch nicht schön. Kann man gebrauchen, aber hm. Oh, jetzt kommen die Ehepischen, jetzt kommen die Ehepischen. Blackgeist. Artic. Universal skin. Ja, ist okay. Oh, jetzt wieder Ehepisch. Komm schon, Blackgeist. Okay. Absolut rot. Noch 15, und wieder Ehepisch. Komm schon, bitte. Blackgeist. Okay. Also, es sieht nicht hässlich aus. Also, gefällt mir für die Waffe noch kein Skin, darum nehme ich. Hätte aber lieber Blackgeist gehabt. Ja. Jetzt sind wieder die Filetten durch. Kali. Ja. Spiele ich eh nie. Jetzt wieder Ehepisch. Komm schon, Blackgeist. Ich weiß es nicht mehr als ein Glory. Besser als, nein, der andere war besser. Der ist absolut rot. ja 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 hübscherskin noch elf legendär sieht nicht schlecht aus so jetzt bitte noch in den 10 i am black guys mehr will ich nicht oh waves nicht man sieht nicht so schlecht aus wieder blau ja ist der beste wo ich bis jetzt habe oh jetzt bitte 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 what the fuck kein operator für die waffen skin sieht nice aus aber ja sieht nicht schlecht aus macht einfach wirklich gar nichts also ja okay die letzten fünf gibt mir black grün einfach eine orange fbi und die brille ja komplett useless weil man sieht dich über kilometer wieder nur grün also die cap ist echt shit okay top 3 kommt schon okay bitte bitte rainbow gön 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 okay also let's just pack let's just pack bitte black guys legendär das ist für mich ankommen oder aber nicht legendär ja vielen dank fürs zuschauen in paar wochen kommt das nächste che und Vielen Dank.